Musik Hallo und da sind wir auch schon wieder zurück bei Zombie Vikings, wir gehen zum Exit. Wie, geht's schon mal da? Das ist ja cool. Passt auf die Lebenden auf. Yeah. Checkpoint. Check that point. Lol, das sind Lebende. Zombie, Zombie. Pass mal auf, was ich jetzt mache. Stöpsel. Alter, wie lange lebt der denn? Hallo, das bin ich. Den großen kann ich nicht aufspießen. Das ist ja gemein. Dann hau ich ihm halt Bacon um mir an. Oh, der macht irgendwas. Oh, er ist ausgewichen. Ich habe ihn geköpft. Du hast ihm in den Kopf abgeschlagen. Oh, was ist das denn hier? Du bist ja ein Baba. Das sind Schiffe, lol. Oh, komm her, komm her, komm her. Oh, er ist ja. Das sind alles kleine Wimp ships. Missed. Which of them is Odin's? Oh, ich habe die Chüven hier. Hier Wait look that's where to find Loki OH Okay damit sind wir schon wieder X bereit Oh jetzt hast du aber Gas gegeben Wow Ohh das sieht gut aus Olga freigeschaltet Runne Wir haben Sachen freigeschaltet Cool aber wir haben kein Gold mehr Oh das stimmt Ach NICE Nebenquest verbleibt? Uuuuh. Grrrr. Map taste bad. Must break Map. No? Bad Hedgy. Okay, aber warte mal, was ist das hier? Warte, links ist Nebenquest. Das haben wir gesäubert, das ist völlig. Ja, das ist aber nicht gesäubert. Richtig, das ist ein Nebenquest. Und wenn du hier guckst, das ist eine Hauptquest, weil nicht beendet. Nebenquest verbleibt? Ja, ich wusste ja, was ein Nebenquest war. Das ist ja... hm. Das war jetzt was? Das ist ja jetzt nochmal das Level, glaube ich. Meinst du? Ja, ja. Aber... Gut, dann gehen wir nochmal reingucken. Uh. Uh, der ist nice. Rückenstech und Bonusschaden. Schaden minus 3, warum? Was soll daran gut sein? Die hat eine andere Poolfähigkeit. Du kannst halt mehr Schaden machen, wenn du in den Rücken stehst. Ah. Unhöflicher geht's nicht. Ein Abschluss geschenkt. Ja. Naja, okay. Deutschübersetzungsfehler ist jetzt nicht schlimm. Ich kaufe mir aber noch nicht. Ich bleib hier bei. Jetzt sollten wir mal gucken, dass wir... keine Ahnung. Ähm. Geschwindigkeit. Ja. Rüste aus. Bin bereit. Wir sollten gucken, dass wir hier irgendwie eine Nebenquest finden. Ich weiß aber nicht welche. Lass uns mal gucken. Dann gucken wir mal hier. Okay. Kann man das hier irgendwo gucken, voraussetzen? Nein. Nein, natürlich nicht. Voraussetzen. Das musst du so rausfinden, die Nebenquest. Okay. Also. Mal hinrennen. Mal hin. Was war das around für ein cooler Mousse? Weiß ich nicht, aber cool. Du kannst hier, klar, den Sprung machen, so. Du hast eine, äh, Ground-Attacke, also ich stehe nach vorne und du einen Sprung machst. Ach so, doch. Cool. Aber ich wüsste jetzt echt gern, was die Nebenquest ist. Hat der Typ hier uns vielleicht eine Nebenquest gesagt gehabt? Entschuldigung, jetzt machen wir das nochmal, das ist eigentlich etwas, wir rennen jetzt einfach durch, oder? Also wir rushen jetzt ziemlich hier. Ja, eigentlich, aber wir sollten hier trotzdem einiges untersuchen. Weil irgendwas müssen wir ja übersehen haben. Ja, irgendwie schon, sehr gerne was. Hier vielleicht irgendwas? Vielleicht. Ja, aber echt. Aber ich weiß immer noch nicht, was wir machen müssen. Egal. Einfach draufkloppen und schnell weghauen. Das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt hier jetzt gleich irgendwas, wenn es da diese zwei Wege gibt, oder? Oder hier irgendwas. Oh ja, guter Plan. Guter Plan an für sich. Aber? Aber leider nicht. Warte mal, gab es hier noch einen Weg runter? Nein. Oh, du hast da noch einen Weg gefunden, oder? Nö, nö. Nee, schade. Okay. Idee war gut. Geht es hier noch runter? Nope. Schade, warum nicht? Warte, du denkst fest. Ja. Fest gebackt. Warte mal, also es gibt hier... Warte, da unten gerade irgendwas. Haha. Ja. Vielleicht ist es einfach nur, dass wir alle Kisten öffnen müssen, oder so. Oder irgendwas Spezielles finden. Was wir einfach bisher übersehen haben. Zumindest kriegen wir wieder etwas Kohle rein, dass wir uns die Waffen kaufen können. Deswegen ist es gar nicht mal so schlecht jetzt. Ich geh mal... Da oben sind halt Kisten. Okay. Hier. Da gibt es gar nichts. So. Und da oben sind halt noch Kisten. Mach den Noob kaputt. Zoom. Zu spät. War schon fertig. Warte, warte, warte. Vorsichtig. Gucken wir mal nach. Dann... Nö. Keine Ahnung. Rocken wir runter. Boom. Boom. Hier links gab es jetzt aber auch nichts, ne? Keine Ahnung. Müssen wir nochmal gucken gehen. Da ist nix. Das müssen wir wirklich halt noch rausfinden, was man da machen kann. Muss, soll... Hier vielleicht... Gemeinteten Stein? Ist da hinten irgendwas? Nee. Tö. Überspringen wir, gell? Ja. So. Können wir vielleicht ein bisschen zurück mit dem? Oh, sorry to disturb you, gentle insect. Hier, ich fang. Fang das Ding. Okay, nee. Keine Ahnung. Hätte sein können, dass mal irgendwas... Ja, das machen wir. Der hüpfte eh hinterher. Komm, lass liegen. Ich mach es hin dir vor die Füße. So, hier gibt es auch wieder... Warte, warte. Ist hier unten noch irgendwas? Warte, ich heb dich hoch. Ups, heb dich hoch. Ja. Na, da kommt er schon. Hier, kann man die kaputt machen? Nee. Wir versuchen die Kugeltreffer. Okay. Oh, oh, hier unten ist was. Ja, der Kopf auch. Oh. Ähm. Tja, wie kommen wir jetzt da rein? Irgendwas muss das doch heißen. Ist das vielleicht einer oder andere Charakter? Ja, aber man kann ja nicht wirklich wechseln. Oder muss man dafür einen speziellen Charakter haben? Keine Ahnung. Okay, wir haben es auf jeden Fall gefunden. Dann heißt das, dass wir jetzt aber trotzdem erstmal hier aus der Folge, würde ich sagen, rausgehen. Also nicht aus der Folge, sondern aus der Map und auf die Karte zurückgehen. Denn wir können zur Karte verlassen. Nein. Doch, jetzt. Ist gut jetzt. Aber das war unser ganzes Gold, was wir gerade gesammelt haben. Das ist nicht weg. Doch. Bist du sicher? Sehen wir ja jetzt. Ja, weil wir es nicht beendet haben. Okay. Dann hier auf nicht beendet. Äh, Würfe können mit B aufgeladen werden. Das kennen wir schon. Guck mal, ne Katze. Guck mal, ne Katze. Und kann er auch übertreiben. Okay, du hast recht. Na ja, jetzt haben wir die Marken weg. Egal. Meester, war so schön viel Gold. Ich hatte 600 Punkte oder so. Okay, muss mal aufs Green Level. Joa. So. Rüstet aus. Rüstet aus. Bereit. Hallo. Kriegt erstmal auch für eine Mütze hier. Kannst du hier runterschubsen? Nicht mich. Den. Nicht mich. Den. Nein, geht nicht. Schade. Besucht. Warte, du machst die Kisten. Oh, die arme Katze ist auf dem Schild. Das ist ein Schweinchen. Die Zeichner hatten bestimmt Spaß. Garantiert. Ich habe ihn kaputt gemacht. Ich wollte ihn gerade wegschmeißen. Headshot. Pass auf, er springt. Oh, Mann. Oh, sterb doch. Bacon. Ich helge euch. Speck. Okay, du hast den Kopf abgebakt. Headshot. Boah, meine Fresse. Die Nerven. Und Headshot. Oh. Hast abgewehrt. Das ist lustig. Oh, Mann. Sterb doch mal. Pass auf, er springt. Okay. Er ist geköpft. Das bringt ein Album. Gehörne. Danke, dass du alle aufgegessen hast. Entschuldigung, das war nicht geplant. Wir spielst du übrigens im Koop auf einem Bildschirm halt über einen Account, ihr seht es, deswegen steht da oben zweimal für Gaia. Hier, kriegst du Hühnchen. Lebe dich nicht mit den Hühnern an, das sollte man aus Zelda gelernt haben. Ja. Wo bin ich? Ich glaub's nicht. Hat er mich erwischt, ey, der ist ein kleines Scheißwerk. Oh, ich war tot. Warum warst du tot? Man kann hier runterfallen. Oh. Ja, super. Das ist ja lustig. Man kann fall am besten nicht runter. Oh, das zieht nur ein paar Leben ab. Natürlich. Das ist egal, nicht so schlimm. Ja, guck mal, die Spreeder da oben. Oh, am V-Win. Meine. Mist. Ey. Dankeschön. Oh, was ist das denn? Vrehen. Oh, ich komm die einvrehen, hast du das gesehen? Was hast du das denn gemacht? So. Ah. Ich bin ein Magier. Magier-Zombie. Ihh, ist ja eklig. Auf das Hühnchen aufzupumpen. Vielleicht geht's kaputt. Oh, verdammte Scheiße. Da ist ein Top. Jetzt nicht mehr. Topf kaputt. Überall Katzen-Dings-Krabbsteine. Boom, boom. Kaputt. Ach, ist das schön. Erinnert sich ein bisschen an Rayman, aber auch nur ein bisschen. Das hier ist irgendwie nordischer. Jo. Yeah, gimme. Boom. Oh. Ich hab' ihn gebombt. Hey. Ich war grad am Tücken. Wow. Geh weg, du Wackelpudding, Mann. Oh, nein. Oh, nein, pass auf. Aua. Aua. Du scheiß Doppelschwert-Klingend-Typi-Pla. Kriegst jetzt vor und nicht aufs Maul. Echt mal. Oder auf den Hals. Dann war er geköpft. Ist das eigentlich dann gut frei, wenn man geköpft? Warum springst du? Du hättest alle Heilung gekriegt. Ah, Hottel. Wusste ich nicht. Warte, hier geht's runter. Ich will mir das erst angucken hier unten. Da ist wieder. Aber ich verstehe nicht, wie wir da reinkommen. Ich verstehe echt nicht, wie wir da reinkommen. Ich hab' einen Spieß im Arsch. Hm. Gibt's irgendwo Katzen, die man hätte... Hm. Ich hänge euch weg. Nee, keine Ahnung. Müssen wir mal wirklich googeln, wie man das macht oder so. Wie man da reinkommt. Ja, einfach mal gucken. Erstmal weiterspielen. Vielleicht kriegt man das irgendwann erklärt. Oh, ich hopp. So, äh, B, shoppen. Hm. Geschönigkeitsboost. Catching. Ja. Ich bin Spiri Gonzales. Was ist das hier? Bam, bam. Viel Schaden. Miau. Toll, ich krieg die Kiste mit dem Gehirn, weißt du? Da, Gehirn. Uh. Meins. Bombe. Ich bin's. Hey. Man kann die Bomben auch andersrum verwenden. Einfach die Gegner in die Bomben reinwerfen. Sehr schön. Wo ist der Checkpoint? Miau. Gib mir einen Ball. Oh, der kann das auch. Aber ich kann das besser. Bambambambambambam. Ich weiß, was ich selbstständig. Ja. Yeaaah! Voll geil! Kleine Hinweise auf Herr der Ringe. Bitte! Der Blick getroffen! Da kommt noch wer? Alter! Boom! Wir haben sie glaube ich alle ausgerottet. Wir werden den Schein von der Flasche sehen. Und die Flasche von der Flasche! BAMS! In den Boden gestopft. Aber undang gespitzt. Da 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 da! Oh warte! Das ist ein Checkpoint erreicht aber ich will gucken was hier ist. Checkpoint! oh was ist das die haben die schleife fallen lassen kann es sein dass die schleife zum freien bringen müssen wirklich kommen wir überhaupt damit zurück das würde sinn machen wenn das klappt hier in der hauptvergabe wir versuchen mal wie weit wir zurück kommen können anscheinend weit hier ist sie doch cool ja ok ja geil was ist das wir müssen darum kämpfen ach nö das ist ja doof hörst du jetzt mal auf wir müssen kämpfen ich wollte dich aber lieber aufschließen komm jetzt her komm du her lol wie doof ist das denn das ist mega dämlich ok während wir uns hier noch rumbatteln beenden wir schon mal die Folge oh da kommt Bacon und wir sehen uns dann in der nächsten wieder und sind wahrscheinlich dann immer noch am betteln also bis dahin liebe Leute ciao ciao aus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020